Moin Leute, herzlich willkommen auf den Strauß, Tops und Panini, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem Mappen-Update auf meinem Channel von der Serie. Ui, da habe ich noch kein YouTube gemacht. MatchaTips, wurde hier 16, 17, ich würde sagen zu 95% gefüllt, alle Basiskarten drin, da war ich noch mal verrückter als heute, aber jetzt bin ich wieder verrückt mit Sammeln und ich zeige euch mal meine Sammelmappe, wir wollen es gehen. Wir fangen hier an mit Augsburg, Augsburg, da kommt es gut, Augsburg. Wir suchen mal ein kleines Stück noch ein, noch. Aber bloß sieht man alles noch ein bisschen, ein bisschen viel, ne? Hier, durfte man alles sehen, Augsburg? Komplett natürlich, was dachte man auch? Hertha? Komplett. Bremen? Komplett. Darmstadt? Komplett. Borussia Dortmund, wo ich mir auch dachte, komplett. Frankfurt, gewisse ich daraus haben, diese Sammelfieber. Freiburg. Komplett. Hamburg. Komplett. Jupp. Geil. Hoffenheim. Komplett. Ingolstadt. Komplett. Köln, jetzt der Zweiten Liga. Komplett. RB Leipzig, also Bundesliga-Saison. Komplett. Dann werden wir noch mit Lächeln hier sich sicher werden. Köln, jetzt der Zweiten Liga. Neverkusen. Komplett. Komplett. Mainz. Komplett. Kladbach. Komplett. Bayern. Komplett. Schalke. Komplett. Köln, jetzt der Zweiten Liga. Wo ist Borussia? Komplett. Die Club Badges. Komplett. Von der ersten Liga. Komplett. Die erste Seite mit Matchwinnern. Komplett. Die zweite und dritte Seite mit Matchwinnern und Club 100. Komplett. Mir fehlt, also hier die Seite habe ich auch noch komplett. Hier fehlt mir da eine Karte und hier auch. Kann ich auch gleich mal gucken, wer es ist, oder? Wenn ich schon einmal hier so bin, Kladbach, Raphael Matchwinner, bei Leverkusen, Javi Fernandes. Ja, hier habe ich noch ein paar. Hier, hier fehlt mir auch Club, Coma Matchwinner. Die zweite Liga Teams habe ich alle komplett. Hedrick Helden, fehlt mir einer. Hier diese geile Karte habe ich. Hier die Taktik Karten. Dann kommen wir auch zu den Limis. Hartmann, die es damals in Blizzard gab. Gold, äh, Silber, äh, Bronze, Silber, Gold, komplett. Im Multipack, Bell, Bronze, Silber, Gold, komplett. Hummels in den Boostern, Bronze, Silber, Gold, komplett. Dann in der Zeitschrift, Hits, Starterpack, Hunt, Minitin, Westergaard und das und so ein DFB-Pokal. Ich habe nicht mehr geöffnet, ich habe die Big Tins damals nicht geöffnet. Ähm, ja, aber wenn ihr wollt, dass ich mehr solche Mappen-Updates mache. Also von den älteren Serien, die ich gesammelt habe. Dann schreibt es in die Kommentare, können wir auch so eine geile Karte ziehen. Hier natürlich nicht gezogen, was jämmerlich ist, aber, ja. Ich möchte mich nicht beschweren, Leute. Das war mein Mappen-Update zu der Serie. Ich bin an dieser Stelle raus. Möchte mich von euch verabschieden. Mit einem schönen Tag. Bis die Tage. Peace out. Haut rein. Ciao. Tschüss. Und auf Wiedersehen, meine lieben Freunde. Und ja, zähl Likes. Easy drin, Leute. Digga. Ciao.